Oh ne, Left Rider, die kann ich gar nicht. Ich kenn die gar nicht. Doch, die kenn sie, die ist... Vom Namen her kenn ich sie nicht, ja. Die ist bewundert. Na, muss ja schlissen. Ach komm, lade. Bei mir ist schon seit 10 Sekunden. Ach die, die ist cool, da ist meine PB 1353. Meine 1354. Ja! So, jetzt kommt meine Zeit und meine Zeit ist besser, als eure jetzt kommt. Jetzt kommt es 1352. Was ist denn deine? 146. Oh ne. Oh man, leck mich doch. Ah, 1353 schaffst du aber. Du musst einfach, also, du fährst ja oben immer die Hügel, du musst einfach schon immer die Entgegengesetze Richtung lenken. Verstanden? Ja. Wenn du springst, musst du dann nach rechts springen. Wenn du nach links springen willst, musst du dann nach rechts drücken. Und wenn du dann nach links, ach, nach rechts drücken willst, musst du dann nach links drücken. Genug. Ja. Ganz einfach. 1315. Boah, wie man hier noch 1315 fahren kann. Dieser PT wieder, ey. 1399. Das ist ja schlecht. Uhu, 1654. Ja, ich weiß. Nur sonntags. Ha, David. Komm! Oh man! 1454. Oh nein! Ach, geh ficken! Genau. Ah, du darfst nicht so weit nach außen, du musst mehr inspringen. Ah! So, jetzt habt ihr mich einfach mal drauf, wie ich Fehler. Oh, ne 1350 fände. Der, ihr 230. Also, das kann ich auch noch schaffen. Ich auch, aber nicht heut. Oh, nicht morgen. Nur sonntags. Genau. Morgen ist Sonntag, ihr Deppen. Voll idiot! gut und Kellen damit hat Leiden von Meustern ab Prozent 13 76 13 5 5 65 wir haben hier ja Peter die Ziele Apropos WTF Das geht das eine Hundertstel langsamer als du Was mit WTF? Hat mich jetzt auf die OMFG WTF gebracht Ja, nein Aber die sind sowieso gerade André, wir on the roofs nochmal fahren On the roofs 1366, nein Nein Gleiche Zeit wie das Kiet Ich bin cool Oh, ich hab den 550 Ey, wie schreibt denn der Vulvriss? Vulvriss 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 Welchen Loki hat ein Vulvriss? Äh, Vulvriss hat Loki 128 Und Bodo, wo ist der? Ach der Hier heißt jemand Muschi Hier ist ein Pack, Leute, hier, Alter Das ist nicht einer, ist nicht ein SD hier Ne, hier ist einer Muschi Äh, aber gut Oh, du, ey André, du hast Loki 550 Hohoho Ich weiß Alter Scheiße Ich hab'n Bodo, ey Ich hab'n Bodo, ey Ich hab'n Bodo, ne, da war'n Bodo, nein, oh mein Bodo hat den 676. und Wulfr den 128. Alter Das ist schon unterschiede Ich hab'n 84. Ich hab'n 73. Ich hab'n 73. Oh man, ich komm' immer bei dem ersten Sprung zu weit raus Einer macht einen Donuts Einer macht einen Donuts Äh, ich hab'n Bodo Was, ich bin nur noch vierter Ich bin nur noch sechs Tage Egal BGFM Na, okay, ich gehe Aber heute ist bei uns ziemlich ausgeglichen Mit den Siegen und den zweiten Plätzen Oh, mein Bein tut weh Ich würd' gern haben, dass der André mal erster von uns dreien ist Das wär' cool Da würde, da würde er uns auslagen Ha, ihr seid so schlecht Äh, Manta, deine PB Ich mach'n das Ach, die Scheiße Dann sag' ich 42, 68 42, 42 Dann sag' ich Oh, die bin ich eben nicht mehr gefahren Ey, Tobi, dann sag' ich zu euch Na, ihr Noob seid da endlich mal hinter mir Ey, die schlechte Seite Boah, die träge ich kann's nicht so gut Ich setz' dir auf und guck' mal Tobi zu Entschuldigung Maaan Entschuldigung Waalten Müsläge Mit dir Let's play Oh, ich verkack' grad immer Ah, das Kicken strengen Cang die ich gar nicht kenne nicht ich kenne hier auch nicht in Kurs angenommen 48 ich kann auch nicht mal ein Ziel nämlich wird von mir den Perfektionismus waren ein Nein nun ich bin gegen die Wand auch Korn zwei Sekunden schneller 3 Sekunden 3 93 ist sie irgendwo gegen gefahren immer es ist ein Hobby nur Sonntags ja ich bin zum ersten Mal ein Ziel hu 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 das vergattet mich schon zwei Sekunden schneller oh ich war jetzt failig ey komm nein nein ich war drei Sekunden schneller ok zweieinhalb mach auch schon wieder Sonntag dann wieder am Montag nicht schuldig ach ey komm die Dreck ist scheiße das so was so hat man das haben wir noch so ach Nesca Revival ja die nehmen wir passt gerade zu meinem Nesca Auto so und so und so warte Läden schließt Orkord er ist ein Leerzeichen eingegeben die 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 bis Prozent bis zu Prozent Prozent wo ich konzentriere mich stolz zweiter ja im Neu-PB was sind Pippi nochmal? 42, 42 ach komm, AG Bahn Andre findest du nicht? warte haha, Kevin wir können auch mal Confuse machen Konfuse Nummer 1 nochmal Confuse ok das ist aber supermulig an da kommt es geht mit dem Versaunt an oh, 4086 bin ich gerade gefahren mhm, super ach, ihr war da aller außen sagt mir das doch gleich ich war in ich bin deswegen auch immer erst am Checkpoint und letzt am zweiten und aber zu trinken, hier muss man trinken erstmal ey, hast du nie ein Feuerwerk? warum? um danke, ja, ich habe 47. Loggedanke, dass ich so freundlich zu mir behält ich bin gar nicht ins Ziel gekommen ich bin gar nicht ins Ziel gekommen später muss denn oh neun 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 bis dann ja, bis dann neun 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 neun